In letzter Zeit habe ich mehrere Kundinnen gehabt, die mir beinahe das Gleiche berichtet hatten. Die waren schon in mehreren anderen Geschäften, konnten aber sehr, sehr wenig Kleider nur direkt zur Anprobe finden, weil sie eben nicht mehr 36, 38 als Konfektionsgröße tragen. Das wundert mich zwar sehr, aber naja, ich kann ja auch nur mein Geschäft so organisieren, wie ich das für richtig halte. Also ich habe hier auf der Ladenfläche so ungefähr 300 Kleider und auf dem Lager habe ich noch weitere 300 Kleider. Und dabei achte ich sehr, sehr strikt drauf, dass wirklich für jede Größe und auch möglichst breit gestreut im Stil und dann auch noch nach Preisklassen, dass wirklich für jede Braut etwas hier zu finden ist. Das ist mir persönlich wirklich wichtig.